Musik Spielerisch leichte Füße, elegante Bewegungen, harmonische Zweisamkeit zu Tango-Musik Und das soll was mit Management zu tun haben? Keine Frage, sagt Unternehmensberaterin Irene Wolf. Schließlich müsse man sich im Beruf ständig positionieren und auf sein Gegenüber einstellen. Wie beim Tango, wenn ich mit einem Partner tanze, hat es eine Zweisamkeit. Ein Paar bewegt sich im Raum, genauso ist es im Arbeitsalltag. Auch da bewegt sich ein Paar im Sinne von Führungskraft und Mitarbeiter im Kontext der Aufgabe. Der Tango beruht auf dem Prinzip Führen und Folgen. Aber auch Fragen der Haltung, das Thema Achtsamkeit, Respekt und Loyalität spielen eine Rolle, weiß Wolf. Ansonsten ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Führungskräften natürlich zu kommunizieren und zu informieren. Und da bietet sich der Tango Argentino besonders an, weil der Tango Argentino häufig als Metapher verwendet wird für Gespräch oder Dialog. Also es findet ein Dialog zwischen zwei Personen, dem Tanzpaar im Arbeitsalltag, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern statt. Zusammen mit der Diplom-Pädagogin Ute Walter bietet Wolf ein Seminar an, Leadership Meets Tango, das Führungskräften die Parallelen zwischen Tango und guter Führung näher bringen soll. Das, was unserer Meinung nach dem Führen oder einer gelungenen Führung im Wege steht, ist häufig, sind diese Vorstellungen von Führen und Folgen, die oft einhergehen mit Führen heißt Kontrollieren, Manipulieren, Physisch bewegen, zu viel Kraft einsetzen. Diese Zusammenhänge machen wir jetzt in einfachen Schrittübungen deutlich erstmal. Diese Übungen zeigen zum Beispiel, dass jede Aktion eine Gegenreaktion hervorruft und dass es für Teamarbeit nötig ist, zu erkennen, was tut der andere, wie kann ich ihm folgen, um die Zusammenarbeit aufrecht zu erhalten. Einer gibt den Ton, in diesem Falle den Schritt an, der andere muss erspüren, wohin dieser Schritt geht. Für Führende zählt aber noch mehr. Zu gucken, wie stehe ich, wie klar treffe ich meine Entscheidung, wie kommuniziere ich diese Entscheidung, habe ich eine gewisse Scheu, in den Raum des Gegenübers einzutreten, aber die Klarheit meiner Bewegung ist eigentlich wichtig für die Führung. Und trotzdem auch noch eigentlich warten und zuhören und lauschen immer wieder als Schlüssel für beide Rollen eigentlich zu haben. Ich kann verbindungslos, kann ich nicht führen im Tango, muss also immer wieder das Gegenüber in der Eigenwilligkeit in meine Führung mit hineinnehmen, wie es eigentlich auch im Führungskräftealter ist. Meine Mitarbeiter sind eigenwillig, die haben eine eigene Schwierigkeit, einen eigenen Willen, eine eigene Unzulänglichkeit, die ich auch mal wieder aufnehmen muss, die kann ich nicht ignorieren. Die Parallelen zum Alltag der Entscheider, so Ute Walter, sind unverkennbar. Im Tango muss ich auch Entscheidungen treffen, ich muss den nächsten Schritt entschieden und klar führen, ich darf mich nicht in so einer Unsicherheitsschleife befinden, ich muss einen Bezug haben zu meinem Gegenüber, ich muss eine Klarheit darin haben und trotzdem in gleicher Weise lauschen, wo mein Gegenüber sich befindet. Ich kann nicht losgelöst von irgendeiner Situation irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern ich muss einen Bezug zu der Situation haben, wie sie ist und trotzdem auch eine Klarheit haben, eine Deutlichkeit, eine Standfestigkeit. Ebenso wichtig für gute Führung ist Selbstreflexion. Wer den täglichen Tanz mit Mitarbeitern und Arbeitsaufgaben künftig besser bestehen will, muss deshalb probeweise auch mal die Rolle wechseln. Ich muss in der Lage sein, Perspektiven zu wechseln und darüber Informationen zu sammeln, wie ich etwas besser gestalten kann. Das heißt, wenn ich mich selber, und das machen wir auch in dem Seminar, auch die Perspektive der Folgenden einzunehmen, um über diese Wirkzusammenhänge, und darum geht es ja, dass man das Verständnis vertieft, und das kann ich nur, also das Verständnis zwischen menschlicher Kommunikation, sei es jetzt im Betrieb oder im Privaten, das zu vertiefen, geht nur darüber, dass ich auch die Perspektive wechsle und darüber eine größere Empathie im Grunde genommen erzeuge. Ein Verständnis dafür, wie meine eigenen Signale eigentlich ankommen, dass ich mich selber auch mal in der Rolle erfahre, was es bedeutet zu folgen. Talent zum Tanzen müssen die Seminarteilnehmer nicht haben. Die Lust, sich zu bewegen, etwas Neues zu entdecken und sich auszuprobieren, reicht völlig aus. Die Reaktionen der Teilnehmer nach dem Leadership-Seminar bestätigen das. Manche sagen, das will ich lernen, manche sagen, das war eine tolle Erfahrung, ich muss den Tanz jetzt nicht im Einzelnen lernen, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung gewesen, sich über Bewegung und über diese Musik und diese Möglichkeit, nicht nur kognitive Erfahrungen zu machen, sondern auch körperliche Erfahrungen zu machen, so positiv und auch vermutlich so nachhaltig, das hat einfach was bewirkt und für mich Impulse in Gang gesetzt, die ich in meinem Arbeitsalltag übernehmen kann. Dass gute Tänzer besonders gute Manager sind oder umgekehrt, einen solchen Zusammenhang können die Trainerinnen nicht bestätigen. Jeder kann in Sachen gute Führung seinen eigenen Stil prägen. Im Job wie im Tango.